Seid vorsichtig, Champions. Mein Gewölbe ist vieles, nur nicht harmlos. Diese Welblinge sehen alle, die nicht von meinem Blut sind, als Bedrohung. Geht zum Tank, sonst fährt er es wieder. Mein Glück ist vollkommen. Mystic Rebus. Oh, ich hasse das, Mann. Ich habe Eisburg gezogen, wenn man wieder, also instant wieder aufgehört. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe da gewöhnt. Ich werde wieder zurück spielen. Aber wo? Mystic Rebus. Mystic Rebus. Die Elemente, gehorchen wir! Mystic Vapers Mystic Vapers, Mystic Vapers Perfect Ich war noch für ein Chipsgebieter, die haben auch Argo gezogen, ich muss direkt Heilschein und alles machen, die haben in jede einzige Gruppe aufgeschossen, nur die nicht, weil die so lange gebraucht hat der Pool und ich mir dachte, der kann jetzt keine Argo Probleme haben und da hat er es auch wieder gehabt. Das ist ja ein Teil der Argo gezogen. Was hat er angetankt? Ein kleiner Garten von ihr. Aber über die Jahre ist der Garten verbildert. Ihr müsst ihn für mich pflegen. Die Elemente, gehorchen wir! Die Elemente, gehorchen wir! Verbeugt euch, polis verbreit! Ja nicht, wir zwei. Verwirrt sich das. Verwirrt nach's euch! Verwirrt nach's euch! Verwirrt das ist! Ja. Jetzt leben sie aber so lange, wegen verstärkt auf so ner hohen Stufe, ne? Ja, und ich mach halt auch keinen Schaden, ne? Da haben wir auch andere Preparation. Seh wir? Jo, komm. Da gehts. Da haben wir auch 100k. OCR 3, 95er Hexenmeister jetzt. Ich suche jemanden. OCR 93er, also Fire Mage. Ich will den Tank aufschießen, ich will den Ehremann. Wobei, Buff Damage ist ja okay. Das kann der Hexenmeister echt gut. Außer wirklich diese coolen Dauts mit Preparation Timing, wenn das alles stimmt, haut der gut damit raus. Du spielst ja gerade zum ersten Mal, seit wie lange? Äh, ja. Deiner Puppe ist aber was anderes als wirklich, wenn du, ja weiß ich nicht, nicht die perfekte Umstände hast, was zu machen. Der hängt glaube ich weg von mir, danke. Kommt, hier entlang. Der Standort meiner Kammer wurde ausgewählt, um diese mächtige Laylinie zu nutzen. Eine Augenweide, ja. Aber ich weiß nicht, welche Auswirkungen sie an der Welt sterbliche Form hat. Achtet darauf, ob euch zusätzliche Fortsätze wachsen. Huhu. Bang! BAM! Jakob. Hab dich selbst eine Kchainbama Obrigada? Niesch м differenziert aos die Kategori wirtschauen没 Groundkeeper ist! Nahùng und vor allem die Reама. Wir machen jedes Mal noch drauf was. entdeckt da der großteil der verwandte es geht um gleich drauf nein weil ich nehmen die kleinen mit dahinten wo er so recht erinnern den schlaf versetzt nein ich habe meinen kuhl ausgezündet ich kann die nicht rausnehmen ja das ist schein gewesen bleibt liegen oder ja hat alles gezündet Ah, das war ja in Ordnung, ja genau, aber das entschlafen ist ja auch, wir sind drinnen, ich hätte das Feld an mir gehabt, ich kann nichts tun. Ich hatte es kurz vorher, wir haben anderes abgenommen. Ja, du kannst ja auch nicht alles abnehmen, es ist verlaupt bei dir. Deswegen, ja. Es ist einfach auf das Feld gelaufen. Da kommt eine Sphäre, 100% Leben, danach 0%, das willst du machen. Oh mein Gott. Der war gemein. Ich suche jemanden, der hinzverlagt. Nein. Oh, ist eh egal. Ja. 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 Der Feind aber auch gut, er wird gegen das Ding. Ich krieg den auch nicht mehr hoch. Boah. Hey, der Feind ist ein schöner Awe. Oh ne, ich bin mir die. Ich bin tot. Die Elemente gehorchen. Ich bin tot. 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 Das war ich für mich. Bis zum nächsten Mal. Ich hab da grad für die Gruppe echt viel gezogen und da für 40 KTPS find ich echt schon hart wenig. Ich hab Reinafkauer zu lange liegen geblieben, ich werde später gestorben, aber sie und dann bin ich auch erst später dazukommen. Und da hab ich auch noch alles gezündet dafür. Das muss das sein. Bisschen Aufnahme. Ja, immer noch. Fein. Ja dann sorry, Glimpse. Ah, ich hab da reine gezogen. Jetzt nicht mehr. Die Elemente gehorchen mir. Bewegungsunfähig. Alle, ja. Klar versetzt. Und in Sphäre kommt auf mich geflogen. Oh, aber da war keiner mehr an der Team. Nee, MDW? Nee, doch ich hab schon MDW, ich bin blind. Aber keiner, keine Intelligenz, das tut mir weh. Du wolltest sagen, du hast keine Intelligenz, oder? Plus eins. Benni? Mhm? Wenn ich das Video hochladen sollte, musst du dir angucken. Mein dreckiges Grinsen. Ich rück's gleich nochmal. Ich rück's gleich nochmal. Ich rück's gleich nochmal. Dann hab ich den Skip probiert in neuen Reihen. Ich denke nicht. Ich rück's mal. Oh mein Gott, die haben erlittenen Magieschaden verringert. Ich wundere mich, warum mach ich so wenig Schaden an denn? Ich muss erstmal näher ran. So mächtig. Weg mit dir, Schemen. Das ist tatsächlich ziemlich blöd für dich, würde ich behaupten. Jo. Ein bisschen zumindest. Noch ein Schemen für mich. Sag mal, kannst du dich verziehen? Reinige die hier immer, dass wenigstens der Hexenmeister Schaden macht an die Welt. Lachen den physischen Schaden. Der Hexenmeister hat auch Vorteile, muss man sagen. Seine ganzen Eds waren physisch hauptsächlich. Also wenn man reinguckt, seine Wache haut immer noch richtig rein. Das ist schon ganz geil für den. Ja. Ich möchte hier unbedingt raus aus dem Landen. Mhm. Ich wäre lieber bei Arcane geblieben. Bitte? Ja, ich wäre lieber bei Arcane geblieben. Jetzt weiß ich ja. War eine schlechte Idee jetzt auszuprobieren. Jetzt weiß du es doch fürs nächste Mal. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Berge bitte. Ja, das stimmt. Lieber römmt tut mir. Ja. joyful's. Ach so. Jetzt Color, oder? Die Elemente gehorchen mir! Ah, hier wieder Kampfbescher! Alles ich! Erlebe ich dich! Ja, mach ruhig! Ich werde mich fürs Trinken gewürzt, weil Kohlen, Säure und Rübsen! Voraus, ihr Scheiße! Ah! Erlebe ich dich! Erlebe ich dich! Erlebe ich dich! Erlebe ich dich! Mann! 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 Ach, ich bin Schlaf! Mach dir eins! Ja, blau... also positiv! Ah... hier bei mir bei mir bei mir! echt ist jetzt ich gebe ihr keine schuld ich hätte an sie denken sollen bevor ich ging diese ich spüre einen riss hinter ihr die splitterflammen für entlüftungen die folgen wären verheerend ich bin die Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss erstmal was anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich bin schlag, mach jetzt! 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 Bin ich jetzt vor dir weggerannt? Entschuldige! Ich bin schlag, mach jetzt! 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 Ich bin schlag, mach jetzt hin! Waffen zu stellen. Dich. Willkommen zu stehen. Ja, konnte ich dich nicht mehr halten. Alles gut. Kann der Ehe bitte noch Waffen? Der wäre auch eher tot gewesen, wenn ich auf AK gewesen wäre. Ich habe nichts bekommen, hast du gesehen, wie er vor Jun war? Ich habe auch seinen Pull gezogen. War ich noch Jun? Du hast doch Trommel und CD-Trommel. Ja. 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 Ich bin nicht in die Reihe von mir. Warum was in der Reihe von mir? Ja. Ich bin nicht weg von mir. Die Elemente gehorchen mir. Die Elemente gehorchen mir. Ich habe jetzt eine Kugel. Ich bin nicht überlebt, irgendwie. Ich bin nicht überlebt. Easy game. Wir sind noch intern geworden. Wir haben nicht genug Prozente. Der ist noch intern. Lange zum Anfang. Los. Link ist ad fokussend. Link ist ad fokussend. Ich heil mich. Sonst schaffe ich gleich. Okay. Gut, wenn ich auch die Zeit vorbei gewesen. Los.